Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fühle mich ja fast wie im arbeitsmarktpolitischen Schlaraffenland, wenn ich Herrn Lenzen jetzt hier so lauschen darf und wie er davon schwärmt, dass man nicht mehr für Anwesenheit und andere Dinge belohnt wird. Kollege Lenzen, wenn das der Ausgangspunkt wäre, dann wären wir sehr schnell einer Meinung und auf einer Linie. Nur der Ausgangspunkt, wie Sie losgelegt haben und die Basis Ihres Koalitionsvertrags ist doch was anderes. Es war doch DEHOGA und anderen, die auf der Basis der jetzigen Arbeitsmarktbedingungen gesagt haben, wir brauchen noch höhere Arbeitszeiten, kürzere Ruhezeiten, um am nächsten Tag auch wieder Schichten machen zu können. Und das sind Tatbestände, wo wir Schutzmechanismen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch heute, auch im 21. Jahrhundert noch brauchen. Deswegen ist es richtig, an diesen festzuhalten. Der zweite Punkt, was Familienzeiten, und jetzt geht auch um die Frage, wie die Spielregeln sind, wer welche Möglichkeiten hat und welche Stärke auch im Einzelnen betrifft. Ich bin sehr dafür, wie im Übrigen jetzt auch die Große Koalition offenbar das auf Bundesebene versucht einzustehlen. Ich bin sehr dafür, dass es Flexibilitäten auf beiden Seiten gibt. Aber dann müssen auch beide Seiten zustimmungsfähig sein, müssen beide Seiten im Zweifel auch Nein sagen können, müssen beide Seiten im Zweifel auch sagen können, so geht es nicht. Und die Betriebsräte müssen dann auch sagen können, so geht es nicht. Dann bin ich sehr dafür, die Flexibilität an dieser Stelle auch zu erhöhen. Gar keine Frage. Und es gibt einen weiteren Aspekt. Das hängt auch mit Tarifen zusammen. Zum Beispiel in der Pflege, in der ich mich einigermaßen auskenne, ist es so, dass einige Leute mehr arbeiten, als es gesund für sie ist. Manchmal, weil sie es müssen, weil der Betrieb es nicht anders hergibt. Und manchmal auch, weil sie unvorsichtig sind und meinen, weil sie sehr jung sind, noch mal die Schicht am Wochenende drauflegen zu können. Und wenn es dann zu Krankheitsfällen kommt, zu vermehrten, und das ist ja nicht zu bestreiten, dann ist es auch eine Frage an die Solidargemeinschaft, nämlich an die Krankenversicherten, wer die Kosten davon trägt. Und deswegen ist es richtig, dass der Staat hier auch Regeln macht. Und er muss natürlich gucken, an welcher Stelle und wie weit er da geht. Liebe Kollegen von der SPD, in weiten Teilen, was die Arbeitszeiten anbetrifft, sind wir an vielen Punkten einig. Ich finde nur, Ihre Überschrift verspricht nicht ganz, was der Text dann hält. Also wenn wir schon über Arbeitszeiten 4.0 reden, müssen wir auch reden, wie ist die Abgrenzung der Dauerverfügbarkeit, wie ist die Abgrenzung bei E-Mails, wie ist die Fragen des Schutzes der Beschäftigten vor Videoüberwachung und, 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 weil das hängt mit der Digitalisierung der Arbeitswelt auch ganz eng zusammen. Wir sind hier im Landesparlament, was nur allenfalls am Rande vielleicht als eigener Arbeitgeber diese Fragen streift. Das meiste davon ist ja Bundesgesetz. Ich will es nur an dieser Stelle auch gesagt haben, weil das ganz wichtige Fragen sind, wenn man zum Beispiel Homeoffice zulässt, wie Sie es ja jetzt hier angepriesen haben, was ich für absolut richtig halte, mehr Flexibilität für Familien und andere Dinge, dann ist das richtig in der Zielbestimmung. Das entspricht aber nicht meinen Erfahrungen von vielen Arbeitgebern, wie sie mit Beschäftigten umgeht. Und deswegen sind nämlich Leitplanken, wie eben diese Frage der Flexibilität ausgehandelt werden sollen, richtig und auch notwendig, auch weiterhin notwendig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf Bundesebene und deswegen sind ja auch die Positionen hier im Landtag ganz interessant, hat das ja sowohl bei der Frage Jamaika-Koalition als auch bei der Frage der Großen Koalition in den Auseinandersetzungen eine Rolle gespielt. Die CDU hat im Bund sich ja bis jetzt zumindest verweigert, zum Beispiel bei der Frage der Berechtigung einer, also dass man einen Anspruch auf Teilzeit vorübergehend hat, um daraus auch wieder zurückkehren zu können, bisher verweigert. Nach dem, was wir in diesem 28-Seiten-Papier gelesen haben, erstmalig ist die CDU offensichtlich bereit, davon abzugehen und zumindest zeitweise dies zuzulassen. Das zeigt doch, um was es geht. Am Ende des Tages geht es um Machtfragen. Wer hat welche Macht in der Frage der Auseinandersetzung von Flexibilisierung der Arbeitszeiten? Dass es richtig ist, mehr Flexibilität einzuräumen, da sind wir uns einig. Aber unter welchen Bedingungen es abläuft, wer welche Rechte im Zweifel hat, das müssen wir sehr genau austarieren und dann werden auch flexible Arbeitszeitmodelle nicht nur möglich bleiben, sondern auch weitere austariert werden. Und deswegen kann ich Sie nur aufrufen, denken Sie nicht immer nur an den kleinen Arbeitnehmer, an die kleine Situation vor Ort, wo Ihnen einer erklärt, es kann doch nicht sein, dass ich abends um 10 Uhr nicht noch die Sachen erledigen kann, die ich um 8 Uhr nicht erledigt habe, weil ich Familienvater bin. Das ist doch nicht der Regelungstatbestand, sondern es geht dann um denjenigen, der zum achten Mal hintereinander eine Zehn-Stunden-Schicht gefahren hat und dann eben auch gesundheitlich geschützt werden muss. Und das haben wir eben auch. Wir sind nicht alle nur digital unterwegs, sondern wir haben eine Arbeitswelt, wo auch die Arbeitnehmer geschützt werden müssen. Deswegen halten wir wesentliche Teile des SPD-Antrags für vernünftig und wir stimmen selbstverständlich der Überweisung in den Ausschuss zu. Herzlichen Dank.